Hallo, willkommen zu Yaru Folge 3. Wir schauen dann auf den Server. Aber du musst jetzt schon aufnehmen, oder? Jaja, das nehm ich schon auf. Ich weiß nicht, ob das schon aufnehmen muss, aber. Nicht mal. So, willkommen in der nächsten Folge. Das muss ja wieder weglaufen. Ja, es ist durchgeschmolzen auf Ewe. Jaja. Bist du schon drauf? Ahja. Ich hab dir ein bisschen Essen noch nach unten geworfen. Dass du da so krankst. Weil da zu viel rausgenommen hat. Mein Scheiß. Kabel hat sich in den Rollstuhl eingefangen. Ich mein, Countdown ist irgendwie immer noch bei 15 Minuten. Der geht nicht runter. Wir achten mal nebenbei ein bisschen drauf. Die Farben jetzt, ne? Ja. Ja. Der weiß mal eher so. Das wird jetzt zwar angewohnt, als jede Folge zu fragen, was die Leute so machen. Ja. Ja. Ich find's immer noch. Im Anfang müssen wir jetzt morgen da gucken, was da nicht joint. Ja. Ich geh jetzt unten farmen, ne? Ja. Ja. Da joint halt in der Treppe ohne. Wenn der joint. Ja. Der PvP-Logen ist ja nicht so schlimm. Denk dran. Heute hast du noch PvP-Logen gewinnt. Also wenn ich zwei Gegner sehe, die besser, was ich kippe habe, glaube ich mich einfach aus. Deswegen? Sondern noch kein Kampf stattfinden? Also deswegen passt das aber. Ne. Auch währendkampf. Ach du? Ja. Er hat gesagt, heute ist ein Attack noch Pech gehabt. Wird ab morgen geregelt. Ja. Dann mach das einfach. Ja. Mach ich auch. Seh ich gar nicht an. Ich hab gelernt, das alles auszunutzen. Hab ich bei den Battles von dir gelernt, Jonas. Alle Regelücken auszunutzen. Ja. Ja. Ich such's auch. Jajoh. Also für die Teilnehmer ist es... Also für den Teilnehmer, der es ausnützt, ist es toll. Für die anderen nicht. Und so ein Glück ist ja meist für irgendeinen Nachteil. Ja. Das ist... Warum liefen die denn? Also mein Teil ist noch bei 15 Minuten. Ja. Stimmt. Noll. Ne sind wir XP. Ne. Ich hab nichts dazu. Ah. Es ist noch ein Typ. Ehh. Soll drauf bleiben. Wir sind Team Brandenburg. Nein, wir sind B-Team. Ja, ja, aber... Brandenburg Team, Berlin Team, äh, Bremen Team. Das ist das. Bundesländer. Mein Kampf bisher. Aber... Dreh ist um. Man müsste einfach so ein Bundesländer-Maincourt-Wettel machen, also zwei Teams aus Brandenburg, zwei aus Berlin, zwei aus Bayern. Nee, ein großes Team auch, also so vierer Team auch, was sie in Bundesnacht macht. Achso, ja stimmt, das geht auch klar. Und dann so ein großes Team, großes um 16 am Team-Battle. Ja, das Finale dann. Team Hamburg gegen Team Brandenburg. Die beiden Teams in das Finale kommen, haben dann 16 gegen 16-Battle im Finale. E-Sport-Maincourt, let's go. Wenn ich großer YouTuber wäre, würde ich wirklich einfach sagen, yo Leute, wer von euch kommt aus diesen Bundesländern, meldet euch mal an. Wie viele Minuten hast du noch? Also ich glaube noch 15, also ich weiß ja nicht. Erstmal weiter nach Kämpfen fragen, wie jede Folge bisher. Nee, Folge 1 nicht, aber Folge 1 haben wir ja schon Kampf gehabt, bevor ich fragen konnte. Schreib mal, bin alleine. Steht ja nicht mal, da welches Team du sind. Sag mal du, äh nee, ich nicht. Kommt schon irgendeiner. Wir sind safe-dum. Es sind nur sechs Spiele online. Ja, vier Gegner. Obwohl du auch als Gegner eingetragen musst. Soll ich dich töten? Einfach so als Gag. Ja, theoretisch kannst du mich töten, ja. Einfach mal so als Gag, Jonas? Ja, einfach mal so. Das ist halt weniger Arbeit für mich, du weißt du, ne? Ja. Dann kannst du deine Normalarbeit mal bevorzugen. Vielleicht mal die Donuts austauschen. Ne, stimmt, ihr habt ja keine mehr. Genau deswegen sind die weg, dass ihr die nicht mehr austauschen müsst, Jonas. Ich kann nur dafür nix. Ja, alles gut. Das war schon, die waren schon weg, bevor ich wieder nach meiner Krankheit wiederfahre. Ich bin mal wieder am Spawn. Ja, also Korinaten brauche ich sowieso nicht verdecken, weil... Ah, ja, die nix waren... Wir sind sowieso am Spawn. Jemand, der die Folgen guckt, der müsste dann wissen, dass wir hier sind. Soll ich einfach den Amboss wieder platzieren? Ja, sicher, sicher. Ne, hier hat auch jemand ne komplette Lederrüstung genommen. Also man darf wohl... Dann nimm den mit. Man darf wohl nehmen. Denn hier waren überall Lederrüstungen und es steht nur noch eine der Lederrüstungen. Steht hier. Safe war das die Rüstung, die der Typ hatte. Er hat ja geschrieben, ja, mein Mate hatte das Equip. Der ist safe. Ja, der Asi, der hat einfach geklaut, der Asi. Nee. Komm schon, ich will ihn nur zum Spawn locken. Ist ja ein Fight. Das... Solo. Ja, wäre... Fair. Bin auch... Solo. Zwar nicht ganz, aber ja. Ja, wir sind nicht das Team eingetragen. Das sind wir echt nicht. Das sind wir theoretisch das einzige Team-Team. Non-Team-Team. Non-Team-Team. Ja, wir sind die einzigen, die richtig Team-Team. Offiziell. Also laut Regeln. Laut Plugin zwar nicht, aber laut Regeln. Lief auch. Ehre wegen Zeit. Bb. Bb. Ja, guck. Jetzt hast du nur noch, äh... Get Wrecked. Ah, nee, es ist ja der. Also, ich könnte nicht, Dix, den. Oh. Da kommen die nächsten. Komm schon. Und die Team, warte. Ja. Loll und... Kampf. Alter, so übelst aggressiv. Du stellst dir schon, du kommst in den Beul rein. Oder brüllst du und du sagst, ey, Kampf. So bin ich gerade. Der andere Typ, der Wies, muss ich auch denken. Digger, der ist ja nur auf Krawall aus. Ja, ich bin nur noch auf Krawall, auch da mein Kill. Ihr seid zwei, ich, ein. Kommt schon. Ah, Wack. Ja, meine auch. Scheiß, doch, dass wir Folge 3 sind. Ob wir gerade die Gegner lügen. Ich hoffe, dass wir auch uns 2 bekommen. Also, ob du dafür einen Zweig bekommst. Ja, du hast dein Gegner getreut. Ach, komm. Du hab halt nicht mehr so richtig Lust. Bock alleine. 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 Mein Maid ist... Ist inkompetent. Okay, gestorben. Und dann springen wir irgendwo runter. Nee, das... Ich würde sagen, auf Ehre kämpfen. Genau. Will... für die Zuschauer... für die Zuschauer... einen Kampf... haben. Komm schon, denk an die Zuschauer. Der KG-Klicks. Kids checken nichts. Ach Mensch, mein ganzes Endfest schon wieder voll. Und ich hab immer nur ein Dia noch. Wenn nicht, geh ich doch gleich in den Liter. Das reicht mir jetzt. Was gibt's denn da? Keine Ahnung, ich geh jetzt gucken. Aber wir sollten jeder was verboten sein. Weil ich mein... Ja, weil Tränke verboten sind. Keine Ahnung. Weißt du, dass ob Tränke verboten sind oder erlaubt sind? Ja, und hier war noch nichts. Oh, jetzt hat er... Ist er gelieft, welch gut und so. Ich nehme schon 9 Minuten wieder auf, Jonas. Sehr gut, aber ich bin irgendwie noch mit 15, so auch. Jemand war schon 9 Minuten. Kogas? Ja, der ist schon wieder platziert. Ja, dann, du hast gesagt, ein Liter ist keiner. Ja, dann ist aber doch einer. Ja, war einer. Aber er hat irgendwie nicht so Quarz abgebaut. Das heißt so, äh... Das ist aber auch nie. Du gehst einfach... Mit Holzpicker? Nee, du gehst einfach spawnen. Nee, ohne Picke. Einmal direkt nach Start. Ja, du gehst nach Start direkt in den Liter und baust dich irgendwo ein... Oh, hier ist eine Festung. Soll ich da rein? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich mach'n Dier-Schwert doch. Wow. Folge 3 bei dir. Ich seh. Ich hab' noch Eisen komplett unverzaubert, alles. Ja, ich verzauber kurz mein Dier-Schwert. Doch, ich hab' das un-wake. Schafnuss. Hey, ich bin ein Team-Mate in-offiziell irgendwie. Wo Treff? Wo Treff? Oh, ich komm' spawnen, ich komm' spawnen. 10, oder? Slash 10. Wo willst du denn? Warte, du verabredest dich mit ihm, kommst aber nicht, dann entsteh' ich da. Weil ich hab' das beste Klöcke jetzt noch. Wo, Jonas? Du musst bitte kurz hinterkommen. Oder? Oh ja, ich muss jetzt mal hier raus. Ja. Äh, ja. Während der Fremd-Hilfe 1. Shit. Ich find' uns mit dem Rausweg nicht mehr. Ich muss mich hoch holen. Gut jetzt. Ich hab' da mal hier raus. Das hatte ich vorhin schon getroffen. Ich glaube, ich hab' die Richtung. Ich hoffe, ich find' das. Ich bin halt praktisch, wenn ich an sich finde. Haps, 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 haps. Okay. Kann ich trotzdem gegen kämpfen? Und du sagst einfach ja spawnen. Aber dann bist du da nicht, sondern ich. Oh komm schon. Ich hab' jedes Beste gesagt. Hätten wir noch nicht mal geantwortet. Ach so. Ja, okay. 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 Ohne den Punkt hätte ich wahrscheinlich noch zuschreiben müssen. Jetzt schreibt der Punkt slash tell. Ich bin bei den und den Koordinaten. Hi. Hat er mir geschrieben. Wie bist du dann? Ach so. Hey. Am spawnen. Ich bin am spawnen. 0-0. Ach, hier ist das, äh, hier. Guck mal. Nee. Äh, nee. Es ist natürlich nicht. Ja, du von Ehrenmann. Ey, ich schreib dir mal, wo spawnen ist. Hat schon einer geschrieben. Nein, ist ja nicht 0-0. Circa 100 und... Hast du Kohle zufällig? Ähm. Ein bisschen? Nee. Shit. Hast du Holz? Mach' ich. Gib mal Lapis. Was? Mach' ich halt. Cool in den Ofen. Also, oder so. Wir müssen aufpassen, jemand war zum Spawnen. Naja, ist gut. Oh, Ansperrung steigt doch nochmal. Hier schon mal. Ist der gerade... Ist der gerade kaputt gegangen? Bei... Erst... Okay. Er zaubert schnell. Warum? Das Ei... Ja, ich hab eh nur 3 Level. Naja, gut. Teilt sich keine Ausnahme. Ich hoffe, es ist ein Zettel. Ja, Helm kann ich nicht. Da ist Level still. Schuhe. Ich auch nicht. Guck, ob's gut. Hier ist noch ne Eisensäcke für dich. Okay. Sag kurz. Äh... Jonas gehst du hin? Äh, ja. 100... Hast du noch nen Antwort? Ne, ne? Und... Irgendwann aufs Bauch. 100 und... 300. Äh... 100 plus, ne? Ich nehm den Amboss hier auch noch mit. Der ist eh beim ersten Mal kaputt gegangen. Ah, die sind stark beschädigte Amboss, die sind dafür da, dass sie beim ersten Mal kaputt gehen. Ich hab zwei. Sehr gut. Eisen. Kors. Wo hast du die Kors gesagt? Wo hast du die Kors gesagt? Und... Z... 300. 100 plus, ne? Ja, beides plus. Okay. Also. Ja, kommt. Oder hat er geschrieben? Ich verfolge euch mal so von hinten. Nö, mach mal. Alles gut. Ich bin jetzt, äh... 60 und 300. Aber versteck dich dort. Ich glaub da... Jonas, warte, ich steh da... Ich steh da vor ihm und du kommst dann einfach aus der Seite und ich glaub dann auch weg. Okay. Und du klatschst ihn dann. So lange du nicht auf mich gehst, äh... So lange du nicht auf mich gehst, äh... So lange du nicht auf mich gehst, äh... Ja... Ja... Das wär ewig. Weil ich mein, an sich kann's mich erhitzen, so. Ich mein... Ja, vielleicht ist ja auch mein Plan, dich zu tun, Jonas. Ja, aber bitte nicht. Hast du das? Ja, klar. Äh... Ich bin hier in der Nähe von... Venus 100 und 300. Und was ist, wenn er aus dem Wald kommt? Dein ist er? Ne? Okay. Dann, äh... Ist scheiße. Ja, das ist so. Ne, Alter, fuck. Eigentlich müssen wir runter. Egal. Bestimmt. Äh... Ne, machen wir nicht. Fass auf. Kriegen wir 1, 2, Jonah. Trotz auf dem Weg. Alter, willst du... Der macht man so... Der sagt, der hat man so, nö... Ihr seid ja fast am Sport, das lohnt ja gar nicht. Ich bin aufgedacht. Weil... Egal, was für einen Schiff der hat. Auch wenn der jetzt nicht so hier ist, oder so. Äh... Ja... Ja... Voll Eis normal, ey. Ich hab nur ne Leder-Expert. Nichts irgendwas. Vorne ist der eine Lebendung. Es gibt eine Lebendung. Wie ist es irgendwer? Vorne ist da ein Kopkelbruch. Ja. Ich bin aus dem Kopfbruch. Kann nur so. Nein, ich schreibe es. Hab ich den schon. Schreib dir mal meine genauen kurz. je nachdem wir keine mehr aufnehmen aber theoretisch dürfen wir ab nur wieder aufnehmen aber so lange ich nicht wach bleiben wir beide auch und andere spieler die von mir entgegen 350 soll ich entgegenlaufen x oder ja weil ich in den fichten weil ich muss das was ich kann hatte er will jonas weiterlaufen ich glaube ich bin jetzt 300 300 also lauf ich jetzt 300 300 300 und 350 am ende ich glaube hier in den fichten 200 300 200 300 50 nicht dass sie zu zweit sind aber ist alleine gejoint 350 320 ja die 320 ist ein bisschen zu hoch ich bin 270 wo muss ich hin soll ich soll x äh soll z mehr nach Null gehen oder nach Wetterhausen z soll kleiner werden ok ach komm dann lauf mal zusammen ja ich bin jetzt schon ja bin ich ich muss an den vorbeigelaufen sein ja was macht der kevin ich hab jetzt bin jetzt da angelaufen wo er ist sei mal in den Wald vorsichtig ich bin bei dir aber nicht so offensichtlich bei mir sein wir sind ein team eigentlich ja aber weiß er nicht ich werde halt nur einen kill haben wie ich auch sagen kann ich habe in dem projekt Erfolg auf einen kill also absorbiert ja du hast bisher nie im projekt Kills gemacht ich habe bisher erst einen einen und in den jetzt ja aber gut jetzt hast du doch jetzt auf den pk gemacht ach mal gucken wir sind ein team ich wollte sagen wir werden eh als team gezählt es ist egal wer den kill macht hä es ist er dumm es war früher da Ich bin am Wald am Eichenbrecht geworden, äh, Eichenbrecht geworden, ja, ein Eichenbrecht Ich bin 580, ach, du im Sohn, 580, soll ich mir entgegenlaufen, 580x, 580x, lauf, 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 und Z, 200, oder 300, Z müsste 270 sein, ja, da bin ich, er ist im Fichtenwald, und Z, schreib, okay, schreib einfach, okay, ich hab Z gerne noch wissen, wenn Z, Ich bin 460, 460, 580 und 530, Jonas, 580, 530, ja, X580, Z530, circa, könnte sehr knapp werden, ja, würde es auch, du musst nur in seine Nähe kommen, Jonas, dann werden wir nicht gekickt, Ich bin 500 und, äh, 350, ja, das wird zu eng, aber lauf, lauf, lauf einfach, lauf halt nicht, Jonas, 520, 360, Ja, schoss ich mal, einfach weiter, ich mach mit, was nächste Folge, 560, 400, ui, 530 ist zack, glaub an dich, 560, 480, 560, 560, 540, hier ist nichts, ja, einfach, da guckst du mir in der Nähe, innen aus, aber, ja, ah, set life, Da wollen wir bis Loser warten, ne, ich glaub so lange nicht wach, Jonas, oh shit, noch eine Daffel, wir dürfen nicht aufnehmen, ne, wir haben jetzt 3, Was für ein Loser, Alter, wirklich, Mann, was für ein Loser, Mann, ja, du hättest ja weiterfarben können, theoretisch, ich bin die ganze Zeit oben rumgelaufen, Ich hab wenigstens Dias gefunden, ja, aber, aber du bist ja jetzt nur hochgekommen, du wolltest eigentlich weiterfarben, während du das nächste Suche, Jonas, Ich wollt nur Dias fahren, ja, und dann bist du, ja, und, hä, wir haben ja nicht, wir haben jetzt Enchanter bisher, ja, ist doch besser als wahrscheinlich die Hälfte des Projektes, Ja, natürlich ist es besser als nix, aber, ja, ich kann dich auch töten, ne, siehst du da, also kannst du, aber dann wirst du rausgeworfen, ich werd wiederbelebt, Das hatte, wegen wen, wegen wen wollten wir mal kämpfen? Oh, ich weiß nicht, ich bin, ich bin, erst mal die Aufnahme, hau da rein, okay, tschö, war's das, tschau, tschau.